Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Ich habe jetzt nochmal geguckt, wo wir denn hier noch die restlichen Pages bekommen können. Und eine Sache müssen wir machen, und zwar, wenn wir mal hier gucken, da unten fehlen uns noch zwei Geister. Und die müssen wir jetzt finden. Und ich habe auch schon geguckt, wo ich die denn finde. Wo ungefähr ich die denn finde. Einen, den kennen wir schon, der ist hier oben. Und da habe ich mal geguckt, wie wir den denn hier bekämpfen können. Und, ähm, ja genau. Das wird ein bisschen herausfordernd. Nein. Mist. Ah, komm. Da hat er mich wieder. Und nochmal. Ja. So, einmal. Jetzt hat er mich. Ah. Das ist ganz so schnell. Das ist gar nicht so einfach. Ja, diese... So ein... Was soll das? Ahem. Aha. Und jetzt habe ich ihn. So. Der ist... Der ist wirklich fies. Ähm, und da gibt es noch einen blauen Geist. Ich weiß... Äh, nicht den blauen, den grünen. Genau, den grünen. Der muss, ähm... Hinten bei den Piranhas sein. Deswegen mache ich mich mal ganz schnell dahin. Und ich sollte hier vielleicht erwähnen, ich habe gerade nochmal einen kleinen Treiber installiert für die Grafikkarte, den neuesten. Und ich hoffe, dass jetzt nicht wieder Delay kommt. Das wäre natürlich ganz schlecht, dann... Das heißt, dass es dann zwischenzeitlich vielleicht einen kleinen Cut geben muss. Aber... Das, äh... Hoffe ich mal nicht, dass er so weit kommt. Und... Der grüne Geist, der mir fehlt, den habe ich ganz einfach übersehen. Als ich hier hinten war und noch hier das Peggy geholt hatte. Denn ich muss einmal hier runter. So, dann muss ich mal hier rein. Genau, dann war... Ne, Moment, das ist das Falsche. Muffiger Korridor, da möchten wir nicht hin. Ähm... Das war auf der anderen Seite, glaube ich. Ach, da vorne ist es. Genau, da müssen wir rein. Und dann ist da auch schon der letzte Geist versteckt. Das war ja, glaube ich, in der letzten Folge haben wir hier noch das Peggy besorgt. So, da ist die... Ah, so weg. Die hole ich mal ganz schnell wieder. Ach, komm. Bin ja eh fast oben. So. Okay, und der letzte Geist, der liegt... Hier unten. Aber ich... Hier komme ich doch nicht rein, oder? Doch. Oh. Und da ist der grüne Geist. Und damit habe ich alle fünf dann zusammen, wenn ich den kriege. Einen kleinen Fiesling. Na? Du bist richtig fies. Vor allem ist das unter Wasser richtig fies. Gibt es hier einen Trick, den zu füllen? Oh. Cool. Doch nicht. Hat sich erledigt. Dann wissen wir aber auch noch, wie wir die anderen Pages kriegen. Das heißt, in den anderen Welten müssen wir die Geister finden. Und ich weiß noch, wo ein Roter war in der ersten Welt. Und das ist jetzt natürlich hier alles nur noch ein Gesuche zum Ende des Spiels hin. Aber es bleibt ja nichts anderes übrig. Kann man denn hier ganz kurz... Ähm... Mhm. Oh, wow. Wir haben ja ruhig schon richtig viele Pages. Warte mal. Ich brauchte 100. Ich brauchte 100 Pages. Vielleicht können wir das Ende schon machen. Können wir das einfach mal probieren? Weil ich das ein bisschen schade finde, dass man dann doch richtig viel suchen muss. Weil die Aufgaben sind wirklich echt fies teilweise. Um die zu finden. Das würde ich dann einfach im Nachhinein oder so nochmal machen. Je nachdem. Das könnt ihr einfach unter die Kommentare schreiben. Das werde ich dann einfach noch mehrfach erwähnen. Ansonsten würde ich das jetzt erstmal... Das Projekt jetzt erstmal so langsam abschließen. Ähm... Genau. Beziehungsweise erst mal einfrieren. Vielleicht kommt ich irgendwann nochmal auf die Idee, das dann zu machen. Ansonsten mache ich das vielleicht auch nur privat. Aber wie gesagt, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt. Natürlich jetzt nicht nach... Weiß ich nicht. Wenn das Projekt nach zwei Jahren jetzt hier abgelegt ist. Dass ihr dann noch schreibt, ja, es wäre jetzt ganz cool. Ähm... Ne, dann schon... Dann schon zu der Zeit, wenn die Videos hier kommen. Das ist ja klar. Ihr könnt es aber natürlich vorschlagen, dass ich das vielleicht irgendwann nochmal mache. So ist es nicht. So ist es nicht. Sammle Federn, um Tausers Tricks für Fortgeschrittene zu lernen, glaube ich. Rexdoor hat in jener Buchwelt einen einzigartigen Automaten-Spiel... Ach egal. Okay, Highway Tower. Oh, oh. Ach, ganz toll. Ach ja, ich habe ja wieder volle Leben. Jetzt habe ich wieder volle Leben. Und jetzt gucken wir doch mal. Wir haben 119 Pages. Ich dachte eigentlich, wir müssen 100 auf der Hand haben. Es kann natürlich sein, dass das passiert. Wobei das gar nicht mehr geht. Also nochmal ganz kurz. Ähm... Ja. Fehlen nicht mehr viele. Aber da haben wir auch echt schön viel eingesammelt, ne? Oh, Moment. Ach, Spielstand allgemein. Okay, Highway Tower. Ah. Okay, es gibt diese Anzeige. Wie viel... Ach, das ist schön. Oh, wow. Trauerlabyrinth-Sumpf. Den haben wir abgeschlossen. Da gibt es also noch ein paar Sachen zu finden. Ähm... Ich versuche es aber einfach mal. Also ich bin selber echt aufgeregt, was denn am Ende kommen wird. Vielleicht wird das hier wirklich die Folge zum Ende hin. Ich weiß halt nicht, wo ich hier gerade hinlaufe. Gucken wir doch mal. Ne, 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 ne. Ah, hier sind wir. Im Archiv. Na, machen wir schnell hier einen Durchlauf. Ich glaube aber, ich gehe gerade zurück, oder? Ich glaube, ich gehe gerade zurück. Ah, ah, ah. Lass mich hier in Ruhe. Oh, ah, ganz toll. Jetzt gibt es Rache. Okay, hat nicht gerecht. Aber da ist ein Schmetterling. So. Ich renne mal hier rein. Mal gucken wir doch mal, wo wir rauskommen. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Wie viel habe ich jetzt noch mal eingesammelt? Ich glaube, 40 Stück in den letzten 5 Folgen. Also es ist doch schon, ja, okay, 6, 7 Folgen. Aber es ist schon, ähm, echt tief. Hätte ich nicht gedacht, dass wir dann so nah am Ende schon sind. Und ich glaube, wenn ich hier lang laufe, zum Schneegebiet, dann haben wir einen ganz guten, ja, Ansatzpunkt zum Ende zu kommen. Weil das ist, glaube ich, genau daneben. Okay, wo zeigt es mir denn lang? Da hinten lang? Also einmal quer durch die Highway Towers. Okay, ah, nee, Moment. Moment, es ging hier irgendwo raus. Nein, lass mich in Ruhe. Nimm wieder den, die gemütliche Transportvariante. Okay, ähm, ich gehe mal da hinten rein. Reicht das? Oh, Kopf gestoßen. Autsch. Okay. Hükeli, dükeli. Es kann halt so sein, dass diese Folge auch ein bisschen länger wird. Sehr wahrscheinlich. I'll go to the house. Oh. Ei, 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 das ist ja ein richtiges Labyrinth hier. Also ich sage mal so, wenn das klappt, dann mache ich auf jeden Fall, wenn ich es noch zeitlich finde, in dieser Folge den letzten Kampf, also den Endkampf, nicht den letzten. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Aber, ähm, den würde ich dann noch machen. Es sei denn natürlich, ich finde das erst bei Minute 20, dann eben nicht. Dann eben nicht. Ähm. Ich glaube, ich fliege einfach mal hier hoch. Oh. Ah ja, so viel dazu. Und ganz schnell hier rüben. Hier rüben. Okay. Ah, da kommen wir wahrscheinlich weiter. Da, der, der Knopf war nämlich auf der anderen Seite. Und da war mal ein Gitter. Das heißt, das muss eigentlich weiter sein. Daran kann man sich vielleicht ein bisschen orientieren. Gucken wir nochmal. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir sind da. Wir sind da. Und dann lasst uns doch mal gucken, ob es klappt. Äh, Ding Dong. Ich kann mich nicht erinnern, eine Türglocke installiert zu haben. Was wollt ihr zwei diesmal? Ein halbes Kilo, äh, Foyergras oder mein Buch zurück. Ihr habt die Wahl. Hatte ich euch beiden nicht schon gesagt? Ihr sollt verschwinden. 100 gesammelte Pages kaufe ich euch, äh, kaufen euch einen Weg. Ein wenig Zeit, äh, ein wenig Zeit mit mir und meinem Stachel. Aber bis dahin schwört ab. Hören Sie mal, hören Sie mal auf, Sir. Die haben haufenweise Pages für das Einbuch gesammelt. Vielleicht sollten wir sie, äh, hochlassen. Quack. Hören Sie auf, mich an auszuzwinkern. Äh, anzuzwinkern. Ich fühle mich zwar geschmeichelt, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, ihr zwei, äh, gute Arbeit bei den, bei der Pagie-Quest. Oh, es geht los. Hi. Warum kommt ihr nicht hoch und versucht eine freundliche Übernahme, äh, feindliche Übernahme eures geliebten Buches. Haha. Jetzt hoch, ein Kampf hier. Oha, das kann jetzt was werden. Das kann jetzt was werden, wenn das Spiel schon teilweise echt fiese Quests hat. Dann, was wird das hier dann? Oh nein. Willkommen zur Bonusrunde. Ich bin, äh, und bleibe Dr. Quack, der Moderator. Was? Du hattest doch gesagt, die, äh, Quizze wären vorbei. Ich habe gelogen. Wie üblich gibt es zehn Fragen, die korrekt beantwortet werden müssen. Und nur drei in Leben. Aufgepasst, liebe Kandidaten. Diese Frage sind, Fragen sind besonders schwierig. Haha. Oh oh. Die Galleonen-Galaxie. Wie viele Pages waren zum Freihalten nötig? Oh oh. Okay, erste Frage falsch. Huch. Die Spielanleitung kann übrigens nachgelesen werden. Das lächerliche Reptil Rexro. Welche Farbe haben seine Schuhe? Oh ha. Haha. Falsch. Ich hätte mit mehr Gegenwehr gerechnet. Okay. Äh, diese, äh, fadenscheinigen Schmetterlinge, äh, Schmetterlingsschübe. Wie viele habt ihr bisher gestohlen? Es gab Säke, ich hab fünf. Ha. Äh. Vermaledit, äh, Deid. Selbst eine, äh, beknackte Echse kriegt mal eine richtige Antwort hin. Verflixt und zugenäht. Eine superschnelle, korrekte Antwort. Das gibt zwei Punkte. Ich hätte gerne zwei Lieben. Die, äh, äh, die Kumpel-Duos in diesem Abenteuer, welches ist das Beste von allen? Die Unglaubliche, kommt die Bühnen drückt. Ja. Jukund Lady. Ja. Was? Kommt schon, konzentriert euch, konzentriert ihr euch überhaupt. Was soll denn da die Antwort gewesen? Ach, wie schade. Ihr scheint keine Leben mehr zu haben. Dann machen wir das noch mal. So ein Pech. Vielleicht habt ihr nächstes Mal mehr Glück. Und jetzt zurück zum Start. Ihr Dummerschen. Das wäre jetzt richtig fies, wenn wir jetzt das Spiel neu starten müssen. Okay. Ich nehme an, ihr wollt es nochmal versuchen. Natürlich. In eurem Interesse hoffe ich, dass ihr euch diesmal ein wenig besser vorbereitet habt. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Pages. Legales Eigentum von Highway Towers. Wie viel habt ihr insgesamt? 119. Ha! Hm. Gleich kommt die nächste Frage. Perflixt und zugenäht. Eine super schnelle, korrekte Antwort. Das gibt zwei Punkte. Die Fragen sind echt immer fies. Das kenne ich noch von damals. In Capital Kishino. Wessen Statuen verzieren den zentralen Brunnen? Oh, wow. Okay, das war falsch. Falsch! Noch ein Leben weniger. Die stinkende, äh, stinkige Kneipe in der Galeonen-Galaxie. Wer ist hinter ein Gitter eingesperrt? Oh, wer war das noch? Glaubst du, wird ein Pagy... Ein Pagy-Bass. Mumpitz! Ich hätte schwierige Fragen stellen sollen. Wie lange habt ihr gebraucht, um bis hierher zu kommen? Oh. Oh, nein. Ich glaube, es war 19. Falsch! Ich hätte mit mehr gerechnet. Äh, gegen mehr gerechnet. Mhm. In der Galeonen-Galaxie. Wer ist auf hoher See verschollen? Okay, ich habe keine Ahnung gehabt. Nein, ich würde den Pagy-Bass fliegen lassen, wenn wir eines hätten. Okay, das heißt, noch mal probieren. Ach, wie schade. Ihr scheint keine Leben mehr zu haben. Ich sage aber jetzt schon mal vorne ein. Ähm, in die nächste Tür würde ich einfach in der nächsten Folge gehen. Ähm, genau. Hier kommt man schon mal besser. Jetzt natürlich auch mit Glück verbunden. Ihr Mann, ihr wollt es noch mal versuchen. Ja. In eurem Interesse? Ja. Ja, 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 ja. Wir haben uns natürlich perfekt vorbereitet. Dieses Bild. Welche Welt zeigt es? Oh. Oh, oh. Ah, Gott sei Dank. Pah, ihr habt auf UKPedia nachgeschaut, nicht wahr? Was liegt zum Zugenein? Es gibt zwei Punkte, das kennen wir. Hm, hm, hm. Hier ist das Bild. Welche Welt zeigt es? Das ist das Casino. Ha. Jetzt habe ich ein bisschen Glück. Äh, vermalledeit. Selbst eine beknackte Exer gibt man eine richtige Antwort. Jetzt läuft verdammt gut. Der betrügerische Händler Tauser. Was würde angeblich nach ihm benannt? Äh, wurde angeblich. Ich habe geraten. Das war jetzt, keine Ahnung. Ah, das war sicher nur Glück. Äh, glücklich geraten. Du hast es erfasst. Das war wirklich jetzt einfach nur geraten. Okay, zwei Fragen noch. Pages, wie viel habt ihr bis insgesamt? 119. Hahaha, danke für diese Fragen. Die sind sehr gut. Und jetzt noch eine schnelle Antwort, dann haben wir es. Dieses Bild, welcher Welt zeigt es? Das ist die, oh Gott. Ja. Selbst wenn noch super schnell gewesen ist. Huch, das war eine schwierige, das war die schwierigste Frage. Die war wirklich nicht gerade einfach. Oh, ich habe die zwei Punkte. Unmöglich. Ihr habt das letzte und schwierigste Schnellfeuer-Quiz bestanden. Was gewinnen wir? Ein Stück Schinken? Ein paar hübsche Teller? Also gut, ich werde euch nicht länger abhalten, euch dem Boss zu stellen. Ihr werdet euch ohne, äh, ohnehin nur eine richtige Klatsche holen. Okay, wir gehen automatisch weiter. Ähm, ich drücke dann einfach gleich Pause, wenn wir das hier automatisch weitergehen. Ähm, gut, ich sage dann an der Stelle schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Äh, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt oder andere Let's Plays, dann könnt ihr mich natürlich gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich drüber freuen und sage bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.